Wir kriegen aber Strom von unserer Lunge. Ich weiß nicht, irgendwie geht es mit meiner Gesundheit echt weg ab heute. Meine Stimme wird rau. Ich hätte vor einer Woche schon anfangen sollen zu let's playen. Was ich muss sagen, das macht schon Spaß. Einfach mal hier so mittendrin rumzuspielen und das auf schwer. Wie gesagt, der Trick funktioniert immer. Einfach euch den Gegnern zeigen, damit sie wissen, wo ihr seid. Dann so hinstellen, an der Wand an den Hals schießen. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, das scheint der Knopf zu sein, aber ich weiß, was kommt. Zum Glück sind wir vor Leben. Wenn ich jetzt mal die RPG auspacke und das schwere Geschütz, dann wisst ihr, was gleich kommen wird. Ich höre ihn sogar im Hintergrund, meine ich. Hört ihr das? Das Geräusch macht nur einen Gunchip. Und wie viele Schüsse braucht der? Wisst ihr das noch? Richtig. Acht. Raketen. Das ist ziemlich böse. Worauf schießen die eigentlich? Ich versuche, hier ein paar Treffer schon mal abzulösen. Das hat jetzt nicht geklappt. Ich löse mal hier kurz was raus. Ich löse mal hier kurz was raus. Stirb. Wow. Geht doch. Ihr seid brav heute. Wow. Oh, ich glaube, da ist was runtergefallen. Also, ich muss sagen, diese Viecher sind hässlich. Dahinten will ich hin. Also. Oh. Mache. Die zielen gut. Also, die Strider der Lüfte. Wenn ihr wissen wollt, was Strider sind. Ich habe es am Anfang erwähnt. In Part 3 vielleicht. Oder 2. Vielleicht auch 4. Oder jedenfalls in den ersten Parts. Ne, das muss Part 4 gewesen sein. Oder 3. 3 oder 4 meine ich. Da habe ich es erwähnt. Das sind diese dreibeinigen großen Viecher. Die werden aber so aussehen wie die Dinger von Krieg der Welten. So ungefähr. Aber genug gelabert. Scheiße. Okay. Fuck, ich dachte, wir sollen auch noch runterlaufen. Na. Wenn ich schon mal dabei bin. Das hätte ich so jetzt auch einfach... Vielleicht hätte ich es überlebt, ja. Aber ich würde es... Ich würde es gerne ohne schaffen. So. Lauf, lauf. Lauf, Goden. Lauf. Nicht stehen bleiben. Warme. Oh, Raketen. Was zum... Treffen wir auf. Oh. Was war das? Habe ich jetzt gerade gegen die Wand geschossen? Der Tod war nicht normal, ey. Was ist das? Na super. Ich habe einen Herzinfarkt gehabt unterwegs und bin einfach mal so gestorben. Oder ich glaube, ich habe mir... Ich glaube, Goden hat sich während des Schießens die Hand vor dem Raketenlauf gehalten. So war ich auch nicht gespeichert. Die Hand vor dem Raketenlauf gehalten und abgedrückt. Ich glaube, wenn er's nicht verstirbt. Lauf, Goden. Lauf, Goden. Lätt, blä, blä, blä... Waaahhh! Autsch. Also das Sturzgeräusch, wenn man unten aufschlägt, ist ja mal übel Wenn ich noch mal runterfall, dann mach ich das mit Musik Aber ich hab das Buch getroffen Das gibt's nicht, man muss mal die Tode zählen heute Nach Fantasie sieht das auch aus Also ich hab, ich mein, ich hab ja einen schon mal reingejagt Dürfte ja so viel fest Oh ja, jetzt geht er ab Ja Ich hab da unten Leben gesehen, das weiß ich ganz genau Ich möchte das Leben gerne mitnehmen So, wir haben das Kraftfeld abgestellt Wir können wieder auf dem Weg zurück Wir sind auf dem Weg zurück Ins Land der unbegrenzten FPS Wenn es jetzt anfängt zu stocken, Spiel, dann mach ich dich tot Oh, ich dachte, er lebt noch Jetzt darf ich, glaube ich, wieder drei Kilometer weit tief runterfallen Ach, das tut gleich weh Au Ha, geil, ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ist da oben noch Strom Wir laufen hier ein bisschen auf Schwabflamme, merk ich grad Also merken tut's man nicht Im Prinzip ist das egal Ob man jetzt 100 oder 20 oder einen Anzug hat Anzug ist da unten rechts Das ist praktisch unser Schild Das ist eigentlich egal Aber es ist ja sozusagen der Strom für unsere Stromlung Ja, also von daher Es sind Batterien Ja Das passiert Man muss sich aber, wo kommt ihr hin? Also vorher war dann noch keiner, oder? Scheiße, die Scheiße Geht mal aus dem Weg, geht mal aus dem Weg Spielt mit euch Lass mich in Ruhe Ich geh wieder Ich muss mein Auto hören, ne? Verdammt Ah Schocker Kommt Was zum Habt ihr das auch mal gehabt, ey? So auf Half-Life Nicht mal auf Normal Hab ich die hier Waren die so übel Och geil Ich freu mich echt auf Episode 2 und 1 Oder 1 und 2 Und die ersten Teile Bei Half-Life bin ich Bei Half-Life Blue Shift bin ich häufig gestorben Und das war leicht Und das war leicht Dann So Alle Mann erstmal stehen bleiben Ich muss Einmal kurz wusten Das ist ja unglaublich ey Nö, bleib da unten Ich bin Hallo Ich sagte bleib da unten Ja, geh ins Haus rein Da sind Spielzeuge für dich Ich bin Vielen Dank.